Oh, erforschen. Okay, die habe ich noch nicht gefunden. Fünf Stunden zum Erforschen. Ja, Feuer machen. Lernst du, wie man Feuer macht? Zehn Punkte erhöhen. Dann geht das Feuer aus, wenn du das jetzt fünf Stunden lang lässt. Ja. Du musst erst noch was dazu kloppen. Da liegt noch was. Ein Schokoriegel. Hinter dir war noch so eine Kommode. Mhm. Die Stühle und so kannst du alle kaputt machen. Hattest du drüben bei dem anderen auch alle Schubladen gesucht? Ich wollte erst mal Feuer machen. Ich habe Feuer gemacht. Das war Robinson, oder? Ich glaube schon. Das Remake mit Tom Cruise. Äh, nee, nicht Tom Cruise. Mit Tom Cruise, äh, dem anderen. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Der Chip aus Soldat James Ryan oder anderen. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Darin, Schuhe. Zieh die an. Willst du das denn? Ja. Du willst das? Schuhe. Nee, die Schuhe. Aber man kann auch den Rest mal angucken. Die kannst du ja auch reparieren, glaube ich, oder? Man kann alles reparieren, aber Schuhe kosten doch Leder. Man muss nur gucken, dass das Feuer nicht ausgeht, ne? Fünf Stunden. Und wir müssten gleich eventuell ein bisschen schlafen. Wir fühlten 39 Grad. Ist ein bisschen heiß, ne? Nee, es ist genau meine Temperatur. Du bist ja auch dumm. Du musst immer noch trinken, was essen und trinken. Und schlafen. Die kannst du zerlegen, da kriegst du Leder raus. Du musst nie aufs Klo. Nein? Nö. Warum? Warum muss man nie auf Toilette? Fragt das nicht mich, fragt das das Spiel. Die Entwickler sind doch... Jetzt musst du die Schuhe reparieren mal. Das auch. Isst du jetzt die Ein-Mann-Ration? Oh. Die behalte ich noch. Die hat Power. Das ist somit das, was am meisten Dings bringt, ne? Hä? Essen. Wieder aufwählen. Aua, mein Arm. Ich habe unterm Tisch mit dem Arm gefurtelt. Warum tust du das? Weiß ich nicht. Es tut weh. Du musst dringend schlafen. Du schleichst jetzt gleich wieder nur. Oben ist übrigens ein Bett. Das ist voll toll. Weil wenn wir das Feuer jetzt ausziehen lassen, ist es nicht so cool. Du kannst doch so einen Stuhl zerschlagen. Das will ich nicht da reinwerfen. Nein, das ist nicht cool. Ich wollte auch etwas Wasser vorbereiten. Mir ist noch ein Meter. Haben wir nicht noch Wasseraufbereitungstabletten? Die kannst du da ja auch reintun. Nein, wir haben glaube ich keine. Ich glaube, wir haben keine gefunden. Schlecht. Ja. Jetzt tut mein Arm weh. Warum tust du das auch? Ich weiß nicht. Das ist Reflex. Die schlägt einfach wild um sich. Man schlägt überall gegen. Vor allem gegen mein Bein. Lässt du jetzt das Feuer einfach ausgehen? Ja, wir machen halt Neues auch. Theoretisch ist es eigentlich auch warm genug. Leg dich erstmal hin zum Pen. Untersuchen kannst du nachher noch weiter. Nein. Du bist echt kompliziert. Ich weiß. Hinter dir ist noch mehr. Noch weiter hoch. Ja, aber da ist noch mehr. Oh, ein Radio. Das wird nicht funktionieren. Ich will aber ein Deff hören. Und unterm Bett können noch Sachen liegen. Oh. Das ist ein Alzkräcker. So, und dann legst du dich mal so zum Pennen hin. Vier Stunden. Weil durch die Kleidung müsste es hier drin eigentlich warm genug sein in dem Leuchtturm. Kannst du ja mal eben testen. Ja, gefühlt drei Grad. Das reicht dem Char hier, um zu überleben. Das ist voll der Survivor. Da liegt jetzt, glaube ich, sogar noch mal Holz rum. Ne, das machst du nicht kaputt, bitte. Qualitätswerkzeug. Jetzt können wir unsere Sachen reparieren. Ja, nur mit Qualitätswerkzeug. Pure Qualität. Die kannst du im Prinzip alle kaputt machen. Dann haben wir nämlich wieder Holz. Aber essen und trinken müssen wir wieder, ne? Hm, können wir ja gleich. Schaffen wir auch noch. Aber jetzt gleich wird es wieder dunkel hier drin, ne? Wir haben eine Taschenlampe. Du kannst ja die in den Stab nochmal anmachen. Wir haben ja noch so ein Stäbchen. Erstmal eine Limo. Something's gotta go. Und dann noch eine Limo. Und dann noch eine Limo. Und dann gibt es... Salzkräcker. Und nochmal Salzkräcker. Jetzt gibt es eine Energieregel. Okay. Und wann trinkst du mal was? Jetzt gibt es was zu trinken. Das ist übrigens witzig. Das Spiel ist ja fast komplett übersetzt, ne? Also eigentlich sollte es komplett übersetzt sein. Aber manchmal sind dann da so Sachen, die dann einfach doch nicht übersetzt sind. Ne, nimm die... Wirf die kaputte weg. Ablegen. Und dann nimmst du einfach die neue. Dann kannst du die anmachen. Dann kannst du auch mal oben aus dem Dach rausgehen. Da geht es nämlich noch weiter. Dann dürfte jetzt noch irgendwo was auf dem Boden liegen. Und dann kannst du oben rausgehen. Gehst du da einmal rum und dann kannst du wieder rein. Das Leuchtsignal anmachen, das wär's doch. Was ist das? Hey, wie nett. Dann liegt... Das ist ja schließlich ein Leuchtturm, also auch nicht. Ich glaube, wenn nichts Elektronisches mehr funktioniert, wird der auch nicht mehr gehen. Dann zündest du das ganze Ding einfach an. Und dann kannst du hier einmal drumrum latschen. Da müsste auch irgendwo noch eine Munizone liegen. Das ist ein Bug, glaube ich. Sieht zumindest nicht natürlich aus. Na ja, Wachs gehören dazu. So, und jetzt kannst du dich im Prinzip dann... Da liegt was auf dem Boden. Achso, das ist die kaputte. Die kannst du auch wieder wegwerfen. Ich habe sie liegen lassen. Ich muss jetzt nicht die kaputte mitnehmen. Da steht eine Tasse, die kannst du mitnehmen. Eine Tasse? Oh, eine Tasse Kräutertee. Jetzt kannst du, wenn die sich beschwert von wegen Magenschmerzen und bla bla, kannst du den Kräutertee trinken. Sag ich mal die und wir spielen einen Dähen. Ist ja geil. Du wolltest das doch. Willst du es nicht wieder hinlegen? Willst du das Ding nicht wieder anhaben? Nö, weil wir haben es warm genug. Na gut. Du kannst dich oben ins Bett legen, das ist gemütlicher als ein Scheißschlafsack auf dem Boden. Gönnen ihm zwischendurch mal ein bisschen was Schönes. Nee, sonst wird der weich. Ah. Zehn Stunden Dunkelheit. Okay. Wenn mal drei Stunden. Schlafmütze. Wir müssen mal gucken, inwiefern der denn ausgeschlafen ist. Ja, ein bisschen schlafen kannst du noch. Was? Der will noch mehr schlafen? Ja, drück mal Tab. Dann siehst du ja immer, was der braucht. Na gut, der ist noch ein bisschen müde. Hätte eben noch mal drei Stunden. Schlaf, mein kleiner Graubolf, schlaf fein. Schlaf, mein Graubolf, schlafe schön ein. Du schlafst jetzt das Bett an. Das ist ein schönes Bett. Durstig. Durst. Jakob Durst. Meine Arme. Er tut so weh. Noch Sardinen. Sardinen sind doch immer gut. Jetzt fühlt er sich voll wohl mit Sardinen im Bauch. Hier war das Bett. Hier geht's runter. Du kannst eigentlich noch ein bisschen schlafen. Jetzt doch noch weiter schlafen. Du kannst dich ja auch nicht schlafen. Stehen müssen in die falsche Richtung gelaufen. Bin ich das? Ich stehe nicht mehr viel. So, weiter, weiter. Und jetzt bist du auf der Treppe. Hey, Treppe. Treppe, Treppe, Treppe. Und jetzt müsst ihr das Bett nehmen. Dreh, drei Treppe. Warte, da ist das Bett. Bett. Hier, leg dich für die drei Stunden noch mal hin. Stell dir mal vor, der hätte da jetzt Pokémon Go. Der sieht aus wie so ein Pokémon Go Spieler. Wenn der da jetzt Pokémon Go hätte, das wäre bestimmt so das Paradies. Ganz viele Eis-Pokémon. Frisches Hundefutter. Hundefutter. Oh, durch. Hundefutter zum Frühstück. Vertreibt. Die Seitenbacher müssen. Hundefutter müssen. Müssli mit. Müssli mit. Hundefutter. Seitenbacher. Ich habe schon ewig nicht mehr gehört. Vielleicht haben die jetzt ein Werbungsverbot bekommen. Sie dürfen ihre Werbung nicht mehr im Radio senden. Vielleicht sind sie auch jetzt komplett auf Motorhöhle und so einen Scheiß umgestiegen. Weil das hatten sie auch dran. Wie diese Kombination. Ja. Das haben wir uns auch gleich mal gedacht. So, und jetzt können wir theoretisch zu der Kirche gehen. Oh, halt. Wie viel? Minus 25. Das geht, wenn die Sonne aufgeht. Minus 22. Minus 25. Wenn die Sonne aufgeht, wird das weniger. Die Sonne ist aber noch nicht da. Ja, das dauert nicht mehr lang. Ich würde eventuell die Kraft sparen, falls ein Wolf auf uns wartet. Oh. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Medizin wir haben, um unsere Wunden hinterher zu versorgen. Wir haben Antibiotikum, wir haben Verbände, wir haben... Keine Ahnung, mit MacGyver Style können wir bestimmt noch mehr bauen. Es gibt ein Achievement dafür, dass du keine chemischen Medikamente verwendest, ne? Dass du dich nur auf natürliche Weise heilst. Oh fuck, jetzt haben wir auch noch Nebel. Ähm... Der Aufgang ist ungefähr da. Warte. Da hinten ist der Aufgang. Und da ist dann eine Kirche. Da haben wir nochmal ne Feuertonne drin. Da ist ne Leiche drin. Da ist die Spawnchance für ein Gewehr und für ein Jagdmesser. Muss ich gucken, hier geht's dann irgendwo hoch. Muss dann auch gucken können, ob's da hoch geht. Nun nimmst du jetzt einfach den nicht so ganz legitimen Weg. Ja, den gibt's nicht. Den nicht legitimen Weg geht durch dich. Dann sieht's temperaturtechnisch aus. Oh. Der kann dort ab. Ist das jetzt schon der Weg nach oben? Ja, ne? Ja. Geht zumindest leicht nach oben. Hier ist auch ne Kaninchen-Spawn-Chance. Ja, da lief grad ein Kaninchen. Schockstarre und so. Da war wieder ein Kaninchen. So, und da ist ne Kirche. Da, hinter dem Zaun. Da ist noch ein Kaninchen. So, und in der Kirche kannst du jetzt gleich nochmal Feuer machen. Dann kannst du durchs Fenster rennen. Ist aber nicht gut isoliert hier. Nö. Und da ist die Leiche. Der hat schon ne Weile abgechillt hier. Dann ist die Chance, dass hier unter der Bank irgendwo ein Messer liegt. Und da stehen Stünde für gewöhnlichen Gewehr. Das heißt, das Gewehr ist hier nicht gespawnt. Schade. Man muss nur gucken, wie da zwischen den Bänken liegen noch Sachen. Das ist bestimmt ne Bibel. Da auf der anderen Seite. Erste Hilfe-Set unter der Bank einer Kirche. Mit nem Energy-Riegel drin. Falls einer mal während der Messe einschläft. Nein, das ist für Diabetiker. Okay. Falls du in diese Kirche gehst, oder was? Da liegt was. Und da lag noch mehr. Da in der Ecke. Ach, noch ein Buch. Scheint keine katholische oder evangelische Kirche zu sein. Das ist irgendwie der Lichtbringer oder so'n Scheiß. Der Lichtbringer. Ja, sah zumindest aus. Der einzig Wahre. So, machst du jetzt nochmal Feuer, damit wir nicht erfrieren? Naja. Ist doch nicht so... Wenn du das beschleunigen willst, das beschleunigen. Ja, ja. Guck mal, wir verlieren schon Energie. Oh. So, dann hau was drauf, damit das auch zur Temperatur kommt. Und dann kannst du nochmal eben essen und trinken. Weil von da unten kommen wir jetzt gleich nämlich in andere Gebiete. In Minen kommen wir. In Minen? In Minenfeld? Ja. Nein, in Steinminen. Oh, Essen und Trinken brauchen wir nicht so wirklich. Nicht? Okay, dann wärme dich da nur so'n bisschen. Das Feuer muss wärmer sein, glaube ich. Oder du musst näher an das Feuer dran. 30 Grad. Ich bin schon auf Maximum. Dann warte da mal. Wie warte ich denn? Indem du den Schlafsack da hinlegst. Ah. Ähm. Der ist bei den Werkzeugen. Du kannst natürlich auch schlafen. Ich weiß nicht, inwiefern wir schlafen müssen. Du schläfst einfach mal zwei, drei Stunden. Jo. So. Dann... Genau, Zwischen und Tageslicht. Es geht voll in Ordnung. Du bist wieder warm. Ich packe den Schlafsack ein. Ist der Schlafsack super besser? Nee, der hat genau selb Prozent wie der andere. Lässt dir den einen jetzt da liegen? Ja, wir können noch etwas Wasser machen, wenn wir schon mal hier dran stehen. Weil in dieser Mine brauchen wir gleich unsere Lampe. Deswegen sollte es das Lampenwühlen wirklich nicht verbraken geben. Aha. Weil in der Mine ist es stockfinster und in der Mine gibt es ganz viel Kohle. Es ist eben eine Mine. Liegt auch bestimmt Metallschrott drum, weil es wahrscheinlich keine Eisenherze gibt. Glaube nicht. Ich meine nicht. Nicht. Dann kannst du jetzt hier rausgehen und dann gehst du bitte rechts. Rechts. Du kannst die Pilze da übrigens einsammeln, ne? Pilze. Dann kannst du irgendwie Medikamente draus machen aus den Pilzen. Und dann gehst du irgendwie hier direkt da irgendwo durch das Gitter kannst du durch. Da vorne. So, und dann gehst du geradeaus. Da geradeaus? Ja. Da müsste irgendwo Mineneingang sein. Du schleichst aber ziemlich. Kannst du nicht rennen? Sollte ich mir auch aufsparen. Ja, gut. So, da geht es jetzt runter. Da ist der Mineneingang direkt rechts. Guck dich aber nochmal um, ob da nicht noch irgendwas ist. Ne, da ist nix. Ab in die Mine. Mine. Müssen wir jetzt den Kohle-Song singen? Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Tralala. Kohle, Kohle. Schalala. Ich kann den Text nicht mehr, aber gut. So. Jetzt solltest du eventuell deine Fackel anmachen. Also, äh, deine Lampe. Eine heilige Lampe. Die ist auch mein Werkzeug. Das kannst du ablegen. Dann machst du die Lampe an. Auffüllen. Das dürfte nicht sonderlich lange reichen. Nicht wirklich. Dann lass die noch aus. Erst wenn wir nach unten reingehen. Und hier oben hast du ja noch relativ viel Licht. Hier oben ist nämlich noch mein zum FK-Kunden. Da direkt neben dem Eingang. Die Bank ist egal. Da liegt was auf dem Tisch. Da kann auch schon mal Lampenöl drin sein. Das wäre hier jetzt... Also Lampenöl wäre auf jeden Fall praktisch. Guck mal im Regal. Lampenöl. Sag ich doch. Lampenöl liegt hier schon mal rum. Oh ja. Feuerstahl. Das ist geil, das Ding. Da kannst du nämlich draußen... Äh... Feuer mitmachen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ausgeht, recht gering. So. Ist da noch was in der Kiste? Traurige Kiste. Es rappelt in der Kiste. Liegt noch eine Mütze. Und dann kannst du im Prinzip jetzt die Lampe mal anmachen und dann da runter gehen. Na ja gut. Willst du noch mal auffüllen? Ja. Ist auch nicht viel drin. Ja, aber damit kommt man wenigstens schon mal so etwas weiter. So. Kannst du vielleicht auch mal reparieren. Ich weiß nicht, ob das da irgendeine Auswirkung drauf hat. Vielleicht verbraucht die dann weniger, wenn die repariert wurde. So, jetzt komm. Jetzt kannst du die anmachen. Und dann kannst du da mal runter gehen. Da liegt jetzt auf dem Boden jede Menge Kohle rum. Du musst immer links und rechts gehen. Es gibt immer nur einen Weg, der wirklich weiterführt. Aber in dem anderen liegen immer Sachen drin. Es fängt wieder an zu ruckeln. Und da sollte ich die